. Man ist aber 16, oder? Na? Ne. Ja. Echt? Ja. Da steht schon viel zu früh. Ja? Ja. Wir haben viele gute Reaktionen. Wir sind Torwart, beide sind noch viel reichsintiv schneller. Um den Bremsen. Na, wir schauen. Ich weiß nicht, natürlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jagdfieber. Mein Name ist Michael Bernatek. Ja, der Dezember in Berlin hat es wirklich in sich. Vier Heimspiele stehen bei den Füchsen auf dem Programm. Wie sich das Team heute gegen die MT Melsung geschlagen hat. Und was unser Gesprächspartner, unser Linksaußen, Bjarke dazu sagt, das seht ihr in der heutigen Ausgabe. Dieser Mann kann sich eigentlich nur selbst stoppen. Schnell, zielstrebig, isländisch, erfolgreich. Herzlich willkommen bei Jagdfieber, Bjarke Maellison. Ja, Füchsefans, es wird kalt in Berlin. Und einer, der sich aufgrund seiner Herkunft damit auskennt, der ist heute bei uns beim Jagdfieber. Herzlich willkommen, Bjarke Maellison. Dankeschön. Bjarke, ich musste schmunzeln, als ich mal gegoogelt habe, was dein Name übersetzt heißt. Bjarke ist isländisch und heißt kleiner Bär. Das passt ja perfekt zu Berlin. Du bist jetzt in der zweiten Saison hier bei uns. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich richtig gut in Berlin. Ich wohne hier in Prenzlauer Berg, nicht so weit weg von Max Schmelinghalle, auch wo wir trainieren, nicht so weit weg. So ist alles optimal. Man sagt ja, der Winter in Berlin ist ziemlich hart. Du als Isländer kennst dich ja mit solchen Temperaturen aus. Magst du diese Jahreszeit oder bist du doch eher der Sunnyboy? Ich mache jederzeit, weißt du. Harten Winter ist das auf keinen Fall für mich. Vor allem der letzte Winter. Wir werden mal schauen, ob dieser Winter wird schlimmer. Aber harten Winter ist das auf keinen Fall. Du hast ja mit Erlingur einen Landsmann als Trainer. Hilft dir das hier in Berlin anzukommen? Unterhaltet ihr auch isländisch oder wie läuft das bei euch? Ja, das hilft ein bisschen. Aber ich bin nur ein Spieler und er ist ein Trainer. Wir haben nur unsere Aufgaben. Wir sind beide Profis. Ich bin nur wie jemand anderes in der Mannschaft. Das ist nicht ein Vorteil. Okay, ich kann ein bisschen mit ihnen quatschen. Aber wir sind beide Profis. Wie es heute bei den Profis geklappt hat mit dem Spiel gegen Melsungen und zu welcher Betriebstemperatur Bjarke es geschafft hat, das seht ihr jetzt im folgenden Beitrag. Zweifelsohne, man kann sich voll und ganz auf ihn verlassen. Füchsetörter und Kapitän Peter Stochle entschärft beim Stand von 32 zu 31 den 7 Meter von Melsungs Michael Allendorf und sichert somit auch den knappen und vor einem hart umkämpften Sieg der Berliner Füchse gegen die zuvor drei Spiele sieglosen Melsunger. Bester Werfer im Fuchsgewand war mit 13 Treffern der Däne Hans Lindberg. Jedes Mal, wenn ich auf dem Feld stehe, versuche ich mal erfolgreich zu sein und das Beste zu geben. Das hat heute gut geklappt. Im ersten Durchgang der Partie klappt bei den Gästen aus Melsung mehr als bei den Hausherren. Das ungenaue Abspiel von Steffen Veth antizipiert. Ex-Fuchs Johannes Selin, Kreisläufer Felix Danner vollendet zum 7 zu 10. Des öfteren in Durchgang 1 können sich die Melsunger über viel Platz und Raum zum Kombinieren freuen. Was funktioniert bei den Füchsen ist das Zusammenspiel Wiede Lindberg. Und so erzielt der Däne auch dank nervenstarker Siebenmeter bereits im ersten Durchgang acht eigene Treffer. 14 zu 18 lautet der Halbzeitstand nach aus Füchse Sicht eher unbefriedigenden 30 Minuten. In der ersten Halbzeit haben wir vorne in der Angriff viele einfache Fehler gemacht. Und nicht mit dem Druck, man muss gegen Melsung spielen. Man muss ja die 1 gegen 1 Situation gewinnen, vorne gegen Melsung. Und das haben wir nicht geschärft und das haben wir bestraft. Und im zweiten Halbzeit haben wir das viel verbessert. Erstmal haben wir das in Abwehr verbessert und zweitens haben wir auch Angriff besser Lösungen gefunden. Ruhig und abgeklärt von der 7-Meter-Linie bleibt der Rechtsaußen auch im zweiten Durchgang. Mit zunehmender Spielzeit ist es aber auch ein Match, das dem Spielgestalter Peter Nenadic mehr und mehr zu liegen scheint. Wirft er, spielt er ab, der Serbe ist stark im 1 zu 1. Im Lücken finden und hier im Anspiel auf Jakov Kujun. Und auch im Deckungsverbund läuft es nun besser für die Berliner. Fabian Wiede kompromisslos. Und dies bleibt er auch in der nächsten Szene. Die Lösungsansätze der Füchse greifen in Durchgang 2. Wie auch in der nächsten Szene. Das Anspiel von Peter Nenadic, der die Deckung der Gäste schwer beschäftigt, setzt Hans Sindberg perfekt in Szene. Er ist ein guter Spieler und in der zweiten Halbzeit hat er gute Lösungen gefunden und das hat mich natürlich gefreut. Vier Tore betrug der Rückstand der Füchse zur Pause. Vier Tore, die nach dem Stil und dem Treffer von Bjakima Elison nach fast 42 Minuten nun egalisiert sind. Doch die Partie bleibt hart umkämpft. Im Duell der ehemaligen Mitspieler bleibt Johannes Selin in dieser Szene Sieger. Und ja, auch dieses Bild gehört zu den Spielen der Füchse gegen Melsum wie der Fernsehturm zu Berlin. Michael Müller hat mal wieder die komplette Füchse-Fanschaft gegen sich aufgebracht. Nächstes starkes, spätes Anspiel von Peter Nenadic. Nun steht die Max-Schmeling-Halle endgültig Kopf. Und dies auch, weil Paul Drucks mit diesem No-Look-Pest brilliert der 30 zu 30 Ausgleich von Bjakima Elison. Peter Stochels Nervenstärke lässt die Füchse die Siegerstraße nicht mehr verlassen. Und so setzen die Berliner letztlich das um, was Bob Hanning vor der Partie forderte. Man muss die Heimspiele gewinnen. Die Füchse haben sich in den letzten Spielen etwas schwergetan. Da war ein bisschen auch der Wurm drin. Wie beurteilst du heute das Spiel? Ja, das war ein sehr harter Kampf. Ich denke, jeder hat das gesehen. Die erste Halbzeit war von uns schwach. Wir haben schlecht zurückgelaufen. Angriff haben wir nicht konsequent genug gespielt. Abwehr auch immer einen Schritt zu spät. Aber das waren nur vier Tore. Über das haben wir diskutiert in der Halbzeit. Das kann sich schnell ändern im modernen Handball. Die zweite Halbzeit fand ich sehr, sehr gut von uns. Wir haben zusammengestanden in der Deckung und gut im Angriff gespielt. Ich bin sehr zufrieden mit den zwei Punkten heute. Bist du auch zufrieden mit deiner Leistung? Du hast mehrere entscheidende Treffer gemacht, sag ich mal. Du hast den Ausgleich zum 21-21 geworfen und ab dann ging es ja wirklich richtig los. Dann hat auch die Max-Speling-Halle wieder gekocht. Ja, also ich habe mich gut gefühlt heute. Ich bin glücklich, dass ich 100 Prozent Quote gehabt habe. Das fand ich gut. Aber ich versuche immer nur der Mannschaft zu helfen. Die Mannschaft hat wirklich gut zusammengestanden heute. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Und mit dem bin ich sehr, sehr glücklich. Ihr hattet ja vor kurzem als Füchse ein Erlebnis mit dem Auto. Du bist bei uns unterwegs auf links außen. Bist du denn auf der Autobahn auch auf der Überholspur links außen? Oder was bist du eher für ein Fahrer? Ich bin ein sehr, sehr sicherer und guter Fahrer. Ein sehr, sehr guter Fahrer? Ja. Wenn ich selber sage, aber vielleicht ist das nicht mein Ding zu sagen. Aber ich bin ein guter Fahrer, sicher. Hast du den Führerschein sofort bestanden? Kennst du nur alle Verkehrsregeln? In Berlin ist es auch manchmal schwer. Aber ich kriege das hin. Warum ich Biagi solche Fragen gestellt habe, hat einen guten Grund. Die Füchse waren nämlich kürzlich beim Fahrsicherheitstraining. Was sie dort erlebt haben, darum geht es jetzt im nächsten Beitrag. Bas war der erste Faktor, aber der zweite. Und das ist ja der Hintergrund bei diesem Fahrsicherheitstraining. Da ist natürlich auch ein gewisser Anreiz da, so ein bisschen auf die Sicherheit zu achten. Ansonsten, wenn man jetzt die Spieler von der Füchse fragt, ich denke, da ist keiner mit dabei, der sagt, nee, hat mir nicht gefallen. Also ich glaube, alle haben ein Smiley im Gesicht und freuen sich. Ich denke, ich habe dem Auto ziemlich viel selbst zu trauen und ich denke, dass ich fahre gut. Gelehrt, weil man sich nicht geübt und die Situationen normalerweise erkennt man nicht oder erlebt man nicht. Und will nicht erleben natürlich. Das ist schön, so etwas zu üben, weil irgendwann vielleicht kommen solche Situationen. und dann kann man theoretisch etwas schneller reagieren und kann viel verraten. Wie mache ich eine richtige Fahrenbremsung? Zum Beispiel so. Voll auf die Bremse. Voll auf die Bremse. Was mache ich mit der Kupplung, wenn ich eine habe? Auch, ne, volle Pulle. Oder auch so. Was ist denn das für eine Bremsung? Der Bremspunkt ist dieses hier. Sie kommen von da angefahren, hier durch und ab hier erfolgt jetzt die Fahrenbremsung. Wir lassen den Reaktionsweg, die Reaktionszeit, die lassen wir außen vor. Das ist wasserdicht. Hey! Der ist wasserdicht. Aber die dient doch nicht. Der trocknet wieder, die Sonne scheint doch. Hey, hey, hey! Ausziehen, baden. Duschen. Nein. Hey! Du bist für Sicherung. Also wir lassen Reaktionszeit und Reaktionsweg einfach außen vor. Sondern hier geht es wirklich um die Gefahrenbremsung. Diese vollführter Peter Stochel auf dem Gelände des TÜV Rheinland in Oranienburg gekonnt sicher. Bei so gefühlt ganz groben 60 Stundenkilometern. Mal ist aber ein Kilo 60, oder? Ja? Nee. Ja? Echt? Ja? Ja? Das steht schon viel zu früh. Ja? Ja. Wir haben viele gute Reaktionen. Wir sind Torwärts. Beide sind noch viel reich, sind die nicht schneller an der Bremse. Na, mal schauen. Ich weiß nicht. Ja, natürlich. Also ich denke, das war für den einen oder anderen schon ganz, naja, wie sagt man, lehrreich, um da zu sagen, nur Gas ist auch nicht immer das Feine. Geschwindigkeit, Blickführung. Auch wenn man im Kreis fährt, bringt das ja nichts, wenn ich direkt vor dem Auto gucke. Und dann natürlich schauen, was so die Elektronik macht. Denn alle Autos sind ja heutzutage mit ESP, ABS und so weiter ausgestattet. Manche haben noch mehr Fahrerassistenzsysteme mit verbaut. Und deshalb haben wir grundsätzlich immer noch einen Beifahrer mit dabei gehabt, dass der mal gucken konnte, wann reagiert so ein Fahrzeug, wann versucht das auszubrechen. Und die, die draußen standen, haben ja manchmal auch gesehen an den Fahrzeugen, dass das Fahrzeug ausgebrochen ist oder wollte ausbrechen. Und teilweise am Geräusch hat man es auch gemerkt, wenn es über die Vorder- oder Hinterachse ausbrechen wollte. War das sehr schön, sowas zu ausprobieren einfach. Auch mit eigenem Fahrzeug sogar, ja. Weil mit dem Fahrzeug fahre ich an mehreren Tagen sehr viele Kilometer. Und das Fahrzeug ein bisschen mehr im Griff haben kann wichtig sein. Kann wichtig sein, wird es hoffentlich, aber nie werden. Trotz alledem ist es gut zu wissen, dass die Füchse kühlen Kopf in schwierigen, wenn auch simulierten Situationen bewahren können. Ja, Bjarke, das sah ja eben nach einer Menge Spaß aus. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, war gut. Ich habe das schon einmal gemacht im Island. Aber es war gut, ein bisschen zu erinnern und es hat Spaß gemacht. Was hast du persönlich aus diesem Training mitgenommen? Nichts, was ich nicht schon wusste, aber im Regen musst du sicher sein. Wir haben probiert, wenn es ganz nass war, zu bremsen und da muss man richtig vorsichtig sein. Letzte Frage zum Thema Auto. Du wohnst ja hier in der Nähe der Halle. Wie kommt Bjarke heute nach so einem Spiel nach Hause? Auto zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Mit dem Auto. Ich habe eine neue Peugeot, 308 Sport GT. Richtig schönes Auto und mit dem bin ich sehr zufrieden. Und ich nutze das Auto, was ich kann. Ich bin mit dem Auto gekommen. Nach Hause ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir haben heute genug geschwitzt, sind K.O. von diesem Spiel. Ja, das war's für heute beim Jagdfieber. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. 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 Täti